ARD Text im Auftrag des ZDF 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 tonight Caro feed Vielen Dank. Vielen Dank. Es ist sehr emotional, weil es sehr überwältigend ist, wenn man sieht, wie viele Leute hier sind. Wir wollen gratulieren und auch Freude haben. Das ist natürlich geteilte Freude. Das macht mir selber auch noch viel mehr Spass.